Ja Leute, wir versammeln uns doch hier noch zu einem weiteren Video, weil hab ich gesagt, ich mache kein Video. Na gut. Leute, dachte ich mir, komm, ich mache jetzt doch ein Video. Ich bin nämlich gerade so durch das Internet gestreift und hab da ein lustiges Video gefunden von Montana Black Best of Lache. Und ich dachte mir, Montanas Lache ist halt schon relativ lustig, sag ich mal so. Und darum dachte ich mir, komm, nehmen wir da einfach nochmal eine Reaction auf, Leute. Und ich würde sagen, wir machen daraus eine kleine Trine of a Love Challenge. To Grin weiß ich nicht. Montana seine Lache ist schon wirklich sehr krank, also da kann man nichts sagen. Ich bin mal gespannt, wie es wird, ob ich es schaffe. Könnt gerne mitmachen, Leute. Und wenn das Video, sag ich mal, haben wir jetzt einfach mal raus, 150 Likes bekommt, 150 Likes bekommt, Leute, dann mache ich gerne nochmal so ein Video auf andere YouTuber ihre Lachen oder Fails oder Trine of a Love mit anderen oder 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 Leute. Auf jeden Fall macht's gerne. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal trocken auf Vollbild und gönnen uns einfach mal, oder? Alter, schon mal an der Möse geleckt, fragt der Motherfucker. Ne, Lika, habe ich nicht, dafür aber deiner Schwester. Dass ich 102 IQ-Zellen habe und du eine. Was ist das IQ, Alter? Das ist zu viel für mich. Das ist zu viel für mich, Alter. Er fragt, was IQ ist. Das bin ich. Ich liebe dich. Tschau, Baby. Das ist zu viel für mich, Alter. Das ist zu viel für mich, Alter. Er fragt, was IQ ist. Das bin ich. Ich liebe dich. Tschau, Baby. Er will Mütter ficken, weiß nicht mehr, wie man das Spiel spielen kann. Boah, ich glaube, wir sind in Köln angekommen. Da auch erstmal ein Schiss. Das kommt einfach so geil. Fett, fett, verfettete Fettkurs. Was? Hahaha. Und da war der, ich bin mir einfach mit feinem Blick in der Nähe. Hahaha. Ey Leute, was ist das für eine Lache? Ich glaube, Montana und meine Lache. Äh, ich weiß nicht, ob das eine gute Combo ist. Hahaha. Dann gebe ich dir extra meinen Google Link zu dem Reelife-Story. Ich muss kurz ausspielen. Dann gebe ich dir extra meinen Google Link zu dem Reelife-Stories-Generator. Hahaha. Ich muss auch mal raushauen. Hahaha. Der hat geschäbert, egal? Der hat reingezogen. Hahaha. Guck mal, die Autos sind auf dem Reelgepackzeug. Hahaha. Hahaha. Was? Monster-Energie. Monster-Energie. Ja. Das waren auch das erste Mal zurück, oder? Nein. Hahaha. Nee, nee, nee. Haben Sie keine Energie, oder was? Nein. Belastend. Ich habe Bionade. Bionade? Nee, dann nehme ich doch lieber eine Cola. Nichts. Die für die günstigen 3 Euro, bitte. Ja, nehme ich das mal rein. Ist das auch ein ganzer Zunehmpreis? Ist das auch ein ganzer Zunehmpreis? Das ist nicht. Hahaha. Nee, dann nehme ich doch die Flasche. Hahaha. 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 Ach, wir mal wieder öfter spielen. Hahaha. Hahaha. Leute, was ist das? Hahaha. 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 Oh, Watten wir schon abgerissen. Hahaha. specschioweit. Hahaha. Hahaha. Das habe ich so gemacht. Das habe ich so gemacht. Das hat mir so gefallen. Eieieiei. Kann sein. Sorry. Eieiei. Alter, was er sich gehört. Eieiei. Eieiei. Boah, Alter Scheiße. Jo, Alter, ich schaff's nicht mehr. Oh, Triple Kill. Ihr Auffall. Wie nice war das denn, Digga? Triple Kill mit der Stolperfalle. Lecko, Mio, Polo, Blanco. Alter. Jaden, was machst du? Alter. Komm, ich komm mit A. Geh raus, Derry. Ja, gut, wir sind da. Ich bekomme die Punkte. Ah. Dead Logik, Digga. Lecker aufs Climestyle. Ja. Ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich finde es gar nicht lustig eigentlich. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Wie er da mit der Scheiße rumgewinnt hat, ja boi, man kennt ihn. Bei ihm läuft. Geil, 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 Geil. Geil, Geil, Geil. Geil, 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 Geil. Geil, Geil, Geil. Oh ne, ich freu das, ey, wenn die Backen will. Da steht er mit der Shotgun in der Ecke, wie so ein kleiner Campersohn. Und ich denk mir nur, du Hurensohn. Geil, Geil, Geil. Wenn man sich so einfach feiert. Geil, 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 Geil. Geckerschmecker war's halt ihm. Geckger, Geil, 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 Geil. Die haben schon wieder alles runtergegegilt, die Fotzen. Oh, was war da? Und die Hände irgendwie weg, der flog jetzt? Scheiße, Digga, der hat übrigens den Freestyle dahin gelegt. Lass Arcos einnehmen, der Renner nimmt auch, glaube ich, ein. Komm, komm, Jeff. Naja, Renner kriegt keine Punkte. Hörst du eine Aktion von Jeff, Alter? Ja, jetzt hab ich dich! M will 3. Ja, genau, Hurensohn, genau. Es klappt! Ich mach mich an, Bruder, ich kipp dir einfach. Ich kann ja gar nicht sagen, Alter. Fick ich dich einfach. 4K, Pannas. Ja gut, 4K nehm ich nicht auf, ne? Wieso nicht? Weil die meisten sehen nicht mal ein Porno auf hier kackeln. Hahahaha Iiiiiiiiihhhh Diesmal gebacken, wie lang ist das Game jetzt draußen? Ich werd doch wieder dauer! Hahahaha Also du bist 15. Ja, bald weg. Du bist hier ein YouTuber. H-Hornig will die Nukleare in Black Ops 3 schaffen. Gärt auch noch nicht mal, wenn Black Ops 27 draußen ist. V-Hahaha Ja, 44 Jahre lang, Ich höre. Zehner? Ne, oh komm. Da muss man auch mal riskieren. Zwanni, Digga. Ne, ne, Zehner. Du hast eben gewonnen. Zehner oder nicht, Digga? Ne, dann nicht. Ok, dann nicht. Ne, dann machen wir Zehner. Das ist ja echt geil, Alter. Baff dich machen! Baff dich! Yippie! Nigger, äh, ne, ach ja, du nimmst ja schon auf. Das ist Drecks. Das ist! Das ist! Das ist! Ich meinte, dass Drecks Nougat-Schnitten spielen, startet aber noch nicht. Hahahaha. Meinst du, äh, die Playstation wurde von Afrikanern erfunden? Hahahaha. 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 Wie geil! Hahahaha. Hahahaha. Ich liebe mein scheiß Leber. Hahahaha. Hahahaha. Zu irgendein Problem, du scheiß Moped-Fahrer. Beiseite mit dir. Guck mal, wartet mal. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Geht das? Oder wenn ich jetzt hier nach hinten fahre? Hahahaha. Ja, er hat eh verloren jetzt. Keine fucking Mide. Deine Stimme. Und deine Ehensart. Ja gut. Ich hab auch gedacht, du wärst ein Junge. Hahahaha. Hier, fang. Ja, 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 moin, alter, heute klappt ja einfach, Gottverdammt, auch mal alle. Glaub, der hat geleckt eben, Digga. Also, der hatte, äh, Paket, wo? Bye, have a great time. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott, das, oh mein Gott, so was ist hier hell am lieb, als hier. Digga, was hält denn das Scheißwechte aus, Mann? Freunde, wer bis hier noch schaut, schreibt jetzt schnundenschmommsch rein, Leute, hashtag schmommsch. Das war ja die beste Amt, das war ja, ich bin aktiv, du passiv. Ich bin aktiv, du passiv, alter. Er läuft da einfach rein, ja, guckuck, juhu. Kann ich nicht sehen. Geil, ne, guckuck. Ich mag ein Kuckuck. Ist das für ein Blödes? Ein Kuckuck. Oh, Bob, Abschlusskamera. Oh, Mann, alter, ich schwöre, Freunde, wenn es euch gefallen hat, was soll ich dazu noch sagen? 150 Likes, Leute, auf euren Nacken, dann kommt noch so ein Teil, ansonsten warst du das, Leute, ich lösche meine Account. Auf jeden Fall, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns im nächsten Video, alter, es ist 19.43 Uhr, aber das ist jetzt überhaupt noch zu schneiden, hier, keine Ahnung, bis dahin, Leute, ciao. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.